Einen wunderschönen guten Teil-Account-Schuss zu einer Folge Football Saturday. Ja, ich werde es so nennen, aber irgendwie, naja. Wir gucken uns auf jeden Fall die Playoffs, beziehungsweise wir tippen die Playoffs bis einschließlich zum Super Bowl. Heute Abend, also ja, ich nehme tatsächlich jetzt noch am Samstag das Ganze auf. Ich kann hier unten mal kurz die Cookies löschen, übrigens. Wir starten die Playoffs und dann wird am 3. Februar, also in der Nacht von Sonntag auf Montag, entschieden, wer schlussendlich den Super Bowl gewinnt. Und ich habe das Gefühl, dass wir zwar einen klaren Favoriten haben, zumindest in der Elfsee sehe ich einen klaren Favoriten, den ich auch irgendwo tatsächlich dann, auch wenn es mir irgendwie schwerfällt, als durchaus klaren Favoriten für den Super Bowl-Gewinn sehe. In der NFC habe ich das Gefühl, es könnte theoretisch wirklich jeder schaffen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Elfsee an. Wir gucken uns wie immer mal auf wen tippen, Fragezeichen. Also hier klicken wir mal drauf und gucken, wie so die Bewertung aussieht und schauen dann einfach mal, welche Statistik welches Team hat. Ich hoffe, ihr seht das dann alles, dass das auch alles mit aufgenommen ist. Aber es sieht erstmal gar nicht so schlecht aus. Ja, das sieht so aus, als wäre es alles mit drauf. Also wir fangen an mit den Houston Texans mit dem vierten Platz gegen die Buffalo Bills mit dem fünften Platz. Also so wurden sie gewertet, also so war ihr Abschluss. Die Fans tippen 60% Houston, 40% die Bills. Der direkte Vergleich 5 zu 4, beide zehn Spiele gewonnen, sechsmal verloren. Und da muss man bedenken, die Bills haben unter anderem zweimal gegen die Patriots verloren. Wo man jetzt überlegen kann, wie viel ist das diese Saison wert, aber sie haben immerhin zweimal dagegen verloren. Gucken wir uns die Teamstatistiken an. Receiving Yards führen die Texans, Touchdowns führen die Texans, Rushing Yards führen die... Ne, da sind die... Das ist ein bisschen verwirrend, oder? Warum ist denn der Balken hier kleiner als der Balken hier? Obwohl das hier mehr ist. Hm. Oder täuscht das? Ne, der Balken hier ist doch eindeutig kleiner. Auf jeden Fall, Rushing Yards... Ich meine, Receiving Yards hat tatsächlich ein relativ großer Vorteil. Rushing Yards fast ausgeglichen. Dafür haben die Texans sogar mehr Touchdowns erzielt. Sex, also die Defense der Bills scheint in der Statistik ein bisschen besser zu sein. Und da hat man immerhin einen Defensive Touchdown erzielt, im Gegensatz zu den Bills. Das Ganze dürfte ziemlich spannend werden. Wie gesagt, beide 10-6. Und die Bills haben eine unglaublich gute Saison gespielt. Stehen nicht umsonst da oben. Haben eigentlich auch nur 10-6. Weil sie im letzten Spiel jetzt gegen die Jets ihre ganzen Starter, glaube ich... Also nicht die ganzen, aber viele der Starter geschont haben, weil einfach der fünfte Seed schon vergeben war. Und da einfach, egal wie sie gespielt hätten, das wäre nicht mehr anders ausgegangen. Ähm, die Texans allerdings, glaube ich auch. Ich glaube auch da stand der... Ne, die hätten theoretisch, hätte Kansas verloren, tatsächlich noch den Dritten erreichen können. Ähm, da weiß ich gar nicht, wie die Spielverteilung vorher war. Ob das da dann aber schon feststand, man sich auch geschont hat. Trotz allem denke ich, dass am Ende der Heimvorteile es ausmacht. Und die Texans das Ganze, ähm, machen werden. Ja, dann haben wir die Patriots gegen die Tennessee Titans. Wir haben 80-20. Das sehe ich tatsächlich ein bisschen hoch an. Ähm, ich weiß nicht, ob das so, so überzeugend wird, wie das hier dargestellt ist. Ähm, Bilanz, das stimmt so nicht ganz. Das Unentschieden darin passt nicht. Das wäre auch ein Spiel zu viel. Wir haben 12-4-1 und 9-7-1, aber das ist natürlich 12-4 und 9-7. Ähm, die Team-Statistik, Receiving Yards für die Patriots, ähm, Touchdowns haben die Titans tatsächlich ein bisschen mehr. Rushing Yards haben die Titans mehr. Allerdings muss man da sagen, dass die Patriots da in den letzten 2, 3, 4 Spielen aufgedreht haben. Und in den letzten 2, 3, 4 Spielen deutlich mehr als diese 106 Yards gemacht haben. Auf der anderen Seite haben die Titans halt einen unglaublich guten Running Back, der eventuell sogar der Beste dieser Liga war. Ähm, zumindest im Ground Play. Ähm, weil McCaffrey ja auch noch, was das Catchen anbelangt, ziemlich stark war. Also der war grundsätzlich der beste Running Back. Aber wenn wir uns rein auf das Laufen beziehen, könnten die Titans da sogar den Vorteil haben. Rushing Touchdowns, entsprechenden Führung. Ähm, die Patriots ein paar 6 mehr. Und, ähm, ja, Defensive und auch Special Team haben die Patriots mehr Touchdowns erzielt. Und da sehe ich sie auch klar im Vorteil. Das Ganze, im Normalfall würde man sagen, okay, die Patriots müssen das gewinnen. Jetzt haben sie allerdings nicht die stärkste Saison gespielt. Und das Spiel gegen Miami wirft durchaus Fragen auf. Sodass ich da so ein bisschen skeptisch bin, ob sie es schaffen werden. Allerdings haben sie auch wieder den Heimvorteil. Und grundsätzlich, wenn sie es schaffen, das Running Game der Titans zu unterbinden. Oder zumindest in irgendwo Grenzen zu halten, dann sollten die Patriots das schaffen. Deswegen tippe ich trotzdem auf die Patriots. Auch wenn ich mir da nicht 100% sicher bin. So, jetzt gehen wir erstmal mit der Wildcard-Round der NFC weiter. Ähm, da ist für mich eigentlich fast alles offen. Ähm, hier haben wir zwar 93 zu 7%. Wir haben eine 13-3 zu 110-6 Statistik. Ähm, direkter Vergleich geht allerdings auf Seiten der Vikings. Wobei mich das ein bisschen wundert, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ähm, Team-Statistik. Mehr Receiving für die Saints. Mehr Touchdowns für die Saints. Rushing. Die Vikings. Ja, deutlich. Ja, kann man doch eigentlich schon fast sagen. Deutlich stärker. Touchdowns stärker. Ähm, Sacks. Relativ ausgeglichen. Ganz leichter Vorteil für die Saints. Und Defensive Touchdowns sind die Saints wieder besser. Wobei beide nicht viele erzielt haben. Ähm. Ich sehe hier schon die Saints als Favoriten. Aber grundsätzlich sind, das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, die Teams irgendwo alle relativ ausgeglichen in der NFC. Und das könnte vielleicht noch das eindeutigste Spiel sein. So, dass ich hier eigentlich es mich wundern würde, wenn die Saints nicht gewinnen. Ja, die Eagles gegen die Seahawks. Die Eagles, obwohl sie die schlechtere Statistik haben, sind sie eben der vierte Seed. Was einfach daran liegt, dass sie ihre Division gewonnen haben. Und die Seahawks in derselben Division sind wie die 49ers. Deswegen sind die eben nur der fünfte Seed. Ähm. Wir haben eine Statistik von 9,7 zu 11,5. Das hatte ich, glaube ich, gerade schon erwähnt. Ähm. Und tatsächlich auch eine bessere Form bei den Eagles. Was ich gerade nicht weiß. Übrigens hier 84 zu 16. Das überrascht mich auch relativ. Ähm. Receiving Yards ziemlich gleich. Receiving Touchdowns ganz leichter Vorteil von den Seahawks. Rushing Yards. Rushing Yards bei den Seahawks mehr. Ähm. Allerdings spielt er jetzt, glaube ich, tatsächlich wieder Marshawn Lynch. Ich bin mir nicht sicher, ob da... Ich weiß nicht, wen haben sie normalerweise, aber auf jeden Fall, ob der wieder fit ist. Rushing Touchdowns relativ ausgeglichen. Sogar ein leichter Vorteil für die Eagles. Sacks deutlicher Vorteil für die Eagles. Und Defensive Touchdowns exakt ausgeglichen. Ich weiß nicht genau, ob Zach Yards, also der Tight End von den Eagles, wieder spielen kann. Der musste das letzte Spiel pausieren. Ähm. Das dürfte nämlich einen extremen Einfluss haben. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Zach Yards. Kann er wieder spielen? Ähm. 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 Weil das ist für mich tatsächlich am Ende entscheidend, ob die Eagles das schaffen können oder nicht. Ähm. Ähm. Allerdings... Verletzung. Allerdings... Injury Update. Hier haben wir das Injury Update 2019. Ähm. Ähm. Jetzt nicht, bitte. Ja. Die bangen um... Den... Warte, hier haben wir... Doch, da haben wir ihn doch. Zach Yards. Könnte die Verletzung von 16 weitreichende Folgen haben. Nicht nur, dass der Tight End die Partie gegen die Giants verpasst hat. Er könnte auch im Wildcard-Game gegen die Seattle Seahawks ausfallen. Wenn NFL Network berichtet, wurde Ertz nicht nur einen Rippenbruch, sondern auch einen Nierenriss. Ach du Heilige. Am Mittwoch konnte Ertz nur eingeschränkt trainieren. Ob er für den Einsatz am Wochenende reicht, steht noch nicht fest. Trotz Nierenriss und Rippenbruch könnte es sein, dass er spielt. Ähm. Ja. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, wie sehr ich mich darauf verlassen kann. Und aufgrund der Form sehe ich die Eagles tatsächlich eigentlich momentan in einem leichten Vorteil. Wenn Zach Yards allerdings nicht spielen kann, denke ich, dass die Eagles das machen werden. Äh, die Seahawks. Entschuldigung. Ähm. Wenn Zach Yards doch noch bis morgen fit wird, was ich mir, wenn ich jetzt gerade die beiden Verletzungen lese, irgendwo nicht vorstellen kann, würde ich tatsächlich eher auf die Eagles tippen. So, dann machen wir drüben weiter. Ähm. Ja, 97 zu 3 Prozent, die das bekommen. Direkter Vergleich. Bilanz deutlich. Receiving Yards, das habe ich mir schon gedacht. Sind die Texans besser? Denn, ja, Lamar Jackson ist jetzt nicht unbedingt der, das Wurfwunder, auch wenn sie sehr viele Touchdowns werfen, ähm, ist er eher der, der läuft, was man dann an den Rushing Yards sieht. Mit ihm und, ähm, Ingram, ja, bilden die ein ziemlich gutes Duo. Und da laufen sie halt einfach die Defensive über. Und am Ende können sie dann trotzdem, weil die Defensive sich eher auf das, ähm, Laufspiel einstellt, auch noch Touchdowns werfen. Ähm, Sacks sind sie auch noch ein Vorteil, Defensive Touchdowns sind sie auch noch ein Vorteil, ähm, wenn da nicht irgendwas absolut Unerwartetes passiert, ähm, sollte das deutlich für die Ravens ausgehen. So, hier tippe ich drauf, dass Kansas deutlich führen wird, genau 71 zu 29. Ähm, wir sehen es auch, sehr deutliche Form-Plus für eben die, für Kansas, ähm, während eben die Patriots hier, naja, nicht so gut in Form sind. Direkter Vergleich sogar auch leichter Vorteil. Team Statistik, ja, mehr geworfene Yards, mehr Touchdowns, weniger Rushing Yards. Das könnte tatsächlich den Patriots in die Karten spielen, denn die Patriots haben eigentlich eine anfällige Rushing Defense. Ähm, Rushing Touchdowns, da sogar auch der leichte Vorteil für die Patriots. Die Defense ähnlich, sage ich jetzt einfach mal, was Sex anbelangt und was die Touchdowns anbelangt, ein Vorteil für die Patriots. Ähm, eigentlich muss man davon ausgehen, dass Kansas das Ganze gewinnen können müsste, gerade was die Form angeht. Aber, aufgrund des schlechteren Lauschspiels von Kansas und der Tatsache, dass eigentlich bis auf so ein, zwei Ausnahmen die Pass-Defense der Patriots unglaublich stark war, sage ich, dass die Patriots das schaffen können. Es ist eine gewagte Aussage, grundsätzlich sind sie dieses Jahr nicht so in Form und ich traue ihnen sogar zu, dass sie gegen die Titans rausfliegen. Aber, wenn sie es gegen die Titans schaffen, glaube ich, dass sie gegen Kansas gewinnen können. Gegen Kansas hätten sie in der Regular Season eigentlich gewinnen müssen. Da gab es sehr, sehr viele strittige Schiedsrichterentscheidungen. Ähm, ja, dass unter anderem, dass sie bei der Interception, beziehungsweise bei der Thumb Recovery zurückgefiffen worden sind, deswegen eine super Feldposition verloren haben. Dass sie einen eigentlichen Touchdown, wo der Fuß irgendwie so ein Stück nicht out of bounds war. Der Schiedsrichter sagte, ja, das war out of bounds. Ähm, und so denke ich, dass da viel Wut im Bauch wäre, wenn das zu dem Spiel kommt und die Patriots das Ganze gewinnen können. So, machen wir in der NFC weiter. Ähm, auf wen tippen? Die 49ers, ja, mit drei Vierteln im Vorteil. Direkter Vergleich für die Seahawks. 13-3 zu 11-5. Da, klar, die 49ers auch im Vorteil. Passing Yards ausgeglichen, Receiving Touchdowns ausgeglichen. Rushing Yards, ja, zumindest sieben Yards. Ich meine, das ist gar nicht mal so wenig im Vorteil für die 49ers. Touchdowns sogar ein deutlicher Vorteil. Sex ein deutlicher Vorteil. Und Defensive Touchdowns immerhin auch mehr. Und, ähm, sie haben es gerade erst geschafft, gegen sie zu gewinnen. Und ich denke, dass sie das Ganze auch wiederholen werden. Auch wenn das letzte Spiel unglaublich knapp war. Ähm, ich glaube, es waren fünf Punkte. Und es war in der letzten Sekunde, haben sie quasi den Touchdowns der Seahawks verhindert. Beziehungsweise in den letzten Sekunden. Ich glaube, sie hatten vier Versuche an der Ein-Yard-Linie und sind dann gescheitert, die Seahawks. Und, ähm, entsprechend knapp wird es vermutlich, wenn es zu diesem Spiel kommt, auch dieses Mal wieder. Trotz allem denke ich, dass, wenn es dazu kommt, die Seahawks am, äh, die 49ers am Ende leicht im Vorteil sein werden. So, dann kommen wir zum Spiel Green Bay gegen die Saints. Gleiche Statistik, 13-3. Form ähnlich. Die Fans sehen die Saints vorne mit 70 zu 30. Ähm, der direkte Vergleich leicht für Green Bay. Receiving Yards, Saints mehr. Touchdowns, Saints mehr. Rushing Yards, leichter Vorteil für Green Bay. Rushing Touchdowns, auch ein leichter Vorteil für die, für Green Bay. Sacks, die Saints besser. Und die Touchdowns in der Defensive haben ausschließlich die Saints gemacht. Und, ja, auch wenn Green Bay den zweiten Seat hat, denke auch ich, genauso wie hier der Großteil der Fans, ähm, dass die Saints das Ganze machen werden. Ich sehe sie einfach in der Offensive besser aufgestellt, defensiv. Beide Mannschaften nicht unbedingt schlecht. Green Bay diese Saison in der Offense häufig mal geschwächelt irgendwo. Sie haben es dann irgendwo sich am Ende noch zusammenreißen können. Ähm, auch gerade jetzt im letzten Spiel war das für die Packers unglaublich eng. Das hätte auch schief gehen können. Dann hätten die Saints eben den, den Seat gehabt auf der 2. So haben die Saints, äh, natürlich ein Spiel noch mehr jetzt in den Knochen. Konnten sich nicht schonen, ähm, trotz allem denke ich, dass die Saints eigentlich stärker sein sollen. So, das Spiel dürfte ja gar nicht bei so vielen auf dem Zettel sein. Und wenn es auf dem Zettel war, 86% für die Ravens. Der direkte Vergleich geht Richtung Patriots, ähm, was aber einfach dem geschuldet ist, dass die, die Ravens in letzter Zeit relativ schwach waren. Ähm, die Teamstatistik, ja, grundsätzlich die Werte kennen wir ja eigentlich schon. Ähm, vom Passen her, auch wenn es nicht die beste Saison von Brady, beziehungsweise von den Receivern war, deutlich besser. Dafür die Touchdowns weniger. Rushing Yards die Hälfte. Oder nicht ganz, aber fast die Hälfte nur. Ähm, Touchdowns dafür gar nicht so weit auseinander. Ähm, die Defense der Patriots dafür ein bisschen stärker. Ähm, zumindest was Sex anbelangt. Touchdowns nicht. Ähm, Turnover würde mich hier jetzt noch interessieren. Ich glaube, da dürften die Patriots auch leicht die Nase vorn haben. Ähm, aber aufgrund dessen, dass die Patriots keine besonders gute Rushing-Defense hatten, fast die gesamte Saison über. Und die Ravens eben, ja, ein sehr gutes Rushing-Team sind, sowohl mit Quarterback als auch mit Ingram, sehe ich die Ravens hier einfach im Vorteil. Ja, das NFC-Championship-Spiel. Ähm, Tipps, unglaublich ausgeglichen. Fast 50-50. Ähm, direkt der Vergleich, die 49ers vorne. Ähm, Statistik war gleich. Receiving Yards leicht für die Saints. Touchdowns für die Saints. Dafür die Rushing Yards deutlich Richtung 49ers. Auch die Touchdowns in der Richtung. Die Sacks ganz leicht für die Saints. Und die Defense Touchdowns dafür leicht für die Seahawks. Das könnte, dürfte und wird vermutlich ein spannendes Spiel werden, dass hoffentlich dieses Mal, im Gegensatz zum letzten Jahr, nicht durch irgendwelche kuriosen Schiedsrichterentscheidungen entschieden wird. Ich sehe die 49ers ganz leicht im Vorteil. Könnte mir aber vorstellen, dass am Ende die Erfahrung, die Drew Brees hat, vielleicht doch den Ausschlag gibt gegenüber den Saints. Und so setze ich einfach meine Hoffnung, weil ich die 49ers irgendwo mag, weil ich Giropolo irgendwo mag, darauf, dass sie es irgendwo schaffen, sag aber, dass das ein 50-50-Spiel ist. Wie gesagt, selbe Statistik in der Saison. Beide eigentlich einen guten Quarterback, beide irgendwo eine gute Defense. Ähm, und für mich ein vollkommen offenes Spiel. Aber am Ende denke ich, dass vielleicht auch das eine Spiel, was die Saints mehr haben, beziehungsweise die Pause, die die Saints dann am Ende nicht hatten, den Unterschied machen könnte. Und dadurch die 49ers das Ganze gewinnen. Ja, Super Bowl. Dritter, Zweiter. Ist ja auch, also ja, es ist der dritte, zweite. Interessant, dass es hier, ich auch, und ich weiß auch, es ist eine deutsche Seite. Allerdings, wer schreibt in Deutschland mit Bindisch, also mit Schrägstrichen das Datum? Das ist ja eigentlich nicht so das Deutsche. Und dann stimmt es natürlich mit dritter, zweite. Aber normalerweise in Amerika würde man ja 0,2, 0,3, 20 schreiben. Ähm, aber wir haben es natürlich am dritten, zweit. Das ist die Nacht vom Sonntag auf Montag. Und ich denke, das habe ich mir so gedacht. Ich denke, das habe ich mir so gedacht. Klasse. Ähm, dass die Ravens hier deutlich bevorteilt werden. Ähm, bessere Statistik, ja. Direkter Vergleich haben sie gewonnen, so oft aber auch nicht gespielt. Ja, die Werte haben wir mittlerweile schon häufiger gesehen. Und natürlich haben die Ravens einen unglaublich guten Quarterback. Wobei, äh, ich, es fällt mir immer so ein bisschen schwer zu sagen, unglaublich guter Quarterback. Denn eigentlich ist es ja irgendwas zwischen Quarterback und Running Back. Er ist nicht der beste Wurf-Quarterback. Auch wenn er viele Touchdowns wirft. Er hat aber insgesamt nur, ich glaube, 3100 Yards oder so geworfen. Die Touchdowns sind dann eher dem geschuldet, dass er, dass die Gegner, auch das hatten wir eben schon am Ende, eher den Lauf verteidigen, wenn es in der Red Zone ist, als den Wurf, weil sie eben das Running Game besonders fürchten. Dadurch kommen dann relativ viele Touchdowns zustande. Und das ist ja auch nichts, das ist ja super, wenn, wenn das so klappt. Ähm, aber irgendwie habe ich es im Gefühl, dass am Ende die Erfahrung einem Lama Jackson fehlen wird, auch wenn Giropolo so weit auch noch nicht gekommen ist in den Playoffs. Ähm, also zumindest als Starting Quarterback nicht. und irgendwo habe ich es im Gefühl, dass Lama Jackson es im letzten Spiel dann nicht hinbekommen wird, beziehungsweise, dass die Defense der 49ers, die eigentlich auch die ganze Saison über ja nicht schlecht war, sich irgendwo drauf eingestellt haben wird und sich entsprechend darauf vorbereitet haben wird und am Ende die 49ers den Super Bowl gewinnen. Die Ravens eigentlich Favorit, das Ganze zu gewinnen, aber zum einen könnte ich mir vorstellen, auch wenn die Patriots Run Defense schon immer schlecht oder die ganze Saison schlecht war, dass ein Bellycheck es schafft, in einem Entscheidungsspiel das Ganze doch umzudrehen oder dass wenn Kansas es schafft, was ja eigentlich die meisten denken, sie eben mit ihrem guten Wurf Quarterback es schaffen, irgendwo die Ravens Defense auseinander zu nehmen und die Kansas Defense entsprechend das Ganze in Schach hält, also dass sie gar nicht erst in den Super Bowl kommen, oder aber, dass wie gesagt am Ende vielleicht dann doch irgendwo ein Droppolo und ein gutes Spiel zeigen wird, das heißt, die hat eine ganze Saison ein gutes Spiel gezeigt und die Ravens am Ende schlagen kann. Deswegen, auch wenn die Ravens vielleicht leichter oder Favorit sind, sehe ich irgendwo nicht, dass sie das Ganze gewinnen. Ja, das war meine NFL Playoff Prediction. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wo seht ihr es anders? Denkt ihr, dass die Patriots heute Abend schon gegen die Titans scheitern? Denkt ihr, dass es vielleicht auch die Bills schaffen werden, sich gegen die Texans durchzusetzen? Sagt ihr, die Ravens holen das Ganze locker mit dem wahrscheinlichen MVP der Liga? Oder sagt ihr vielleicht schon, dass irgendwie Green Bay die Saints besiegt? All das ganz gerne unten in die Kommentare. Wenn ihr es selbst tippt, gerne einfach mal euren Link dazu in die Kommentare. Ich glaube, man kann das irgendwo, man kann es auf jeden Fall speichern. Ich drücke hier mal auf Speichern. Ja, ne, ich möchte das Ganze nicht twittern, weil das seht ihr jetzt im Video. Das Ganze findet ihr auf run.nfl beziehungsweise es ist die nflchallenge.run.de Da gerne mal selbst machen und dann gerne irgendwie von mir aus twittern und dann euer getwittertes posten oder ja, je nachdem, wie ihr Bock habt, gerne einfach mal unten in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und wir hören und sehen uns ich denke mal nächsten Freitag wieder wenn es dann wieder mit einem Fußballfreitag weitergeht. Also bis dahin schöne Football-Spiele und bis zum nächsten Mal. Haut rein! bis zum nächsten Mal. – ciao, für